Die ewige Tabelle der Frauenbundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Frauenbundesliga seit ihrer Gründung 1990. Nicht berücksichtigt wurden die Halbfinal- und Finalspiele um die Deutsche Meisterschaft, die es bis 1997 gab. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt. Der 1. FFC Frankfurt führt die bisher 49 Teams umfassende Tabelle an. Die FrankfurterInnen sind auch der einzige Verein, der bislang in jeder Spielzeit der Bundesliga teilgenommen hat. Die ewige Tabelle In der Tabelle werden die Bilanzen aller Vorgängervereine berücksichtigt, die in den Fußnoten aufgeführt sind. So werden beispielsweise dem VfL Wolfsburg die Spielzeiten der Vorgängervereine VfL Eintracht Wolfsburg und WSV Windschott zugerechnet. Die vorletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Fett gedruckte Vereine spielen in der Saison 2015 16. in der Bundesliga. Stand Quellen Fußnoten 2. 3. 6.